So, ich bin jetzt 44 Jahre. Um aber zu zeigen, dass ich noch lange nicht zum alten Eisen gezählt werden darf, habe ich heute den höchsten Gipfel Kölns erklommen. Ich stehe hier auf dem Monte Trodelö, der höchste Berg Kölns. Ich bin aus eigener Kraft auf diesen Berg gestiegen. Der Berg hat die sagenhafte Höhe von 118 Metern und 4 Zentimeter. So, aus eigener Kraft, ohne Hilfe. Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Aber was soll ich sagen? Das Wetter war hart, mein Freund. Es war... Der ist auch noch jung. In seinem Alter könnte ich auch mit dem Fahrrad hier hoch. Wo Era mit dem Auto schiefen? Oh nein... Der ist nicht so glücklich. Der ist auch so glücklich. Bis zum nächsten Mal! Und ich weiß noch nicht. Ich weiß nur, dass ich mich für meineavasolung köln. Ich habe das, die sich zum nächsten Mal. Das war's für heute.